So, im heutigen Video werde ich dir zeigen, wie du mit dem steinerschen Satz Drehkeitsmomente berechnen kannst. Und dafür schauen wir uns mal diese Situation hier an. Wir haben hier eine Kugel mit der Masse m, die im Abstand a, dieser Abstand hier, von der Rotationsachse rotiert. Und wir wollen das Drehkeitsmoment dieser Rotation berechnen. Bis jetzt haben wir uns eigentlich nur Rotationen angeschaut, wo die Rotationsachse durch den Schwerpunkt des Körpers geht. Also zum Beispiel diese Rotationsachse geht jetzt durch den Schwerpunkt der Kugel und die Kugel dreht sich um sich selbst. Wie schaut das jetzt aber hier aus, wo die Rotationsachse offensichtlich nicht durch den Schwerpunkt unseres Körpers geht? Jetzt können wir nämlich den Satz von Steiner verwenden. Und der besagt, dass das gesamte Drehkeitsmoment, i Gesamt, von dieser Rotation gleich dem Drehkeitsmoment der Kugel ist, plus der Masse der Kugel, mal dem Abstand zur Rotationsachse zum Quadrat. So was ist jetzt dieses Drehkeitsmoment der Kugel? Naja, das ist im Endeffekt nur das Drehkeitsmoment, das diese Kugel hätte, wenn sie sich um sich selbst drehen würde. Also wenn die Rotationsachse hier durch den Schwerpunkt der Kugel gehen würde. Und das gesamte Drehkeitsmoment von dieser Rotation ist eben das Drehkeitsmoment der Kugel plus diesen Term hier, also der Masse mal dem Abstand, diesem Abstand hier. Wichtig, das ist der Abstand von der Rotationsachse bis zum Schwerpunkt der Kugel. Also nicht von hier bis hier, sondern bis zum Schwerpunkt der Kugel. So schauen wir uns dazu vielleicht mal ein einfaches Zahlenbeispiel an. Sagen wir die Masse dieser Kugel wäre m ist gleich 5 Kilogramm, der Abstand zur Rotationsachse wäre 2 Meter und der Radius, also der Radius der Kugel wäre 1 Meter. Dann ist das gesamte Drehkeitsmoment i einmal das Drehkeitsmoment der Kugel und das Drehkeitsmoment dieser Kugel wäre 2 Fünftel mal der Masse der Kugel mal dem Radius zum Quadrat. Diese Formel haben wir im letzten Video hergeleitet. Dann haben wir noch diesen Term hier, also plus der Masse der Kugel mal dem Abstand zur Rotationsachse zum Quadrat. So jetzt können wir einfach unsere Werte hier einsetzen, dann bekommen wir das Drehkeitsmoment 2 Fünftel mal 5 mal Radius ist 1 mal 1 zum Quadrat ist 1 plus der Masse 5 Kilo plus dem Abstand zur Rotationsachse zum Quadrat. Also 2 zum Quadrat wäre 4 und das ist, hier kürze ich der 5 heraus, 2 plus 5 mal 4 wäre 20 und das ist 22. Wichtig die Einheit vom Drehkeitsmoment ist Kilogramm Meter zum Quadrat. So jetzt möchte ich dir rein intuitiv zeigen, warum diese Form hier eigentlich stimmt. Und dazu schauen wir uns eine Bewegung an und zwar haben wir wieder eine Kugel. Diese Kugel ist offensichtlich keine Punktmasse und dreht sich um die Rotationsachse. Um jetzt dieses Drehkeitsmoment von dieser Rotation zu berechnen, teilen wir diesen Bewegungsvorgang in zwei einzelne Bewegungsvorgänge auf. Deswegen haben wir hier auch zwei einzelne Terme. Und zwar einmal schauen wir uns nur die Schwerpunktsbewegung von dieser Kugel an. Und der Schwerpunkt rotiert ja entlang dieser Kurve hier. Also wir tun jetzt mal so, als ob dieser Schwerpunkt eine Punktmasse wäre und dann gilt ja für das Drehkeitsmoment für eine Punktmasse m mal r Quadrat. Und deshalb haben wir hier auch den Term m mal a Quadrat, wenn dieser Abstand hier a ist. So jetzt wissen wir aber, dass man beim Drehkeitsmoment nicht einfach sagen darf, dass diese Kugel hier eine Punktmasse ist. Also dass dieser Term hier, der wird nicht reichen. Und dazu schauen wir uns nochmal diese Bewegung hier an und schauen, ob wir irgendwas vergessen haben. Und zwar haben wir nicht mit berücksichtigt, dass diese Kugel hier, wenn sie sich von hier nach hier bewegt, im Endeffekt auch eine 180 Grad Drehung macht. Und zwar dreht sich ja diese Kugel im Endeffekt jetzt hier einmal um sich selbst, um 180 Grad. Und wie groß ist jetzt das Drehkeitsmoment von dieser Bewegung? Naja, das ist im Endeffekt nur das Drehkeitsmoment, das die Kugel hätte, wenn sie sich um sich selbst drehen würde. Also wir können sagen, dass bei dieser Bewegung die Kugel eigentlich zwei verschiedene Bewegungsvorgänge macht. Zum einen bewegt sich einmal der Schwerpunkt von hier nach hier und zum anderen dreht sich diese Kugel um 180 Grad. Und deswegen bekommen wir auch hier zwei Terme, einmal die Schwerpunktbewegung und einmal die Drehung um sich selbst. Und wir können jetzt wiederholen, dann kommen wir wieder auf die Kugel. Untertitelung des ZDF, 2020